Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber Euron Orange heißt euch herzlich willkommen zum Kuddelmoodle Unboxing Sonntag und wir haben hier 6 Booster A8 Karten von der Bleach Anime Manga Serie Booster Pack Serie 1 steht hier drauf und ich muss sagen es sind die geilsten Booster die ich bisher öffnen durfte sie sind von der Qualität her extrem hochwertig und sie haben hier oben einen kleinen Riss vorschlung das heißt man macht einfach nur so und hat die auf das finde ich richtig geil hinten drin steht ein bisschen was zur Geschichte wer das lesen möchte kann sich das natürlich gerne antun aber wir wollen jetzt natürlich auch die Booster öffnen ja wie gesagt die sind wirklich schön ich hatte ja Starter geöffnet zu der Serie und wie gesagt auch schon die ersten Booster dazu in der letzten Woche ich habe mir ja so ein kleines Display geholt dementsprechend ich zoome auch gleich ran stelle auch gleich scharf ihr wisst ja wie das geht erst machen wir erst alles auf und dann geht es ans Eingemachte sozusagen ja habe ich jetzt ein bisschen zu sehr vor dem Abend gelobt die Öffnungsmöglichkeiten ich hoffe doch nicht ich hoffe doch nicht die Karten selber finde ich auch vom ähm wie soll ich sagen vom Stil her sehr gut gefallen mir optisch auch sehr sehr gut ja schade dass es auch hierzu eben wie gesagt keine sozusagen Starter Mafia gibt es gab eben diese Starter Displays die ich ja geunboxt habe und dann eben die Booster dazu ich verstehe gar nicht warum man das nicht macht Tops und Panini machen das ja in aller Regel und ich finde es eigentlich auch sehr sinnvoll also wie gesagt warum das diese normalen diese Hardcore Trade Card rein nicht machen weiß ich nicht aber das kann mir ja vielleicht mal irgendeiner erklären der sich da auskennt warum das der Fall ist wie gesagt ich verstehe das nicht also ich finde es nur vom Vorteil wenn man noch eine cooles Starter Mappe da hat und damit loslegen kann so okay das sind die letzten zack alle richtig rum okay dann wollen wir die Dinger mal scharf stellen ranzoomen und angucken los geht's ah hier haben wir auch verschiedene vertikale und horizontale Karten wie ihr sehen könnt und ich muss sagen für ein Trade Card Game sieht man sehr viel auf den Bildern ich finde sie überzeugend groß also größer als zum Beispiel gestern bei Herr der Ringe ihr könnt euch ja alle in Ruhe wenn ihr bestimmte Karten sehen wollt an wie soll ich sagen stoppen hier die das Video stoppen und genug ganz normal ran zoomen für euch dann dementsprechend nochmal wenn jetzt irgendeine geniale Karte dabei ist die mir jetzt persönlich super genial zu sagt sage ich euch Bescheid hier haben wir zum Beispiel eine von diesen geilen Feuer Karten sehr sehr cool und wie gesagt ich finde sie von der Machart der Hintergrund den finde ich schon geil auch die Rückseiten der Karten finde ich geil und ja auch die Animationskarten hier aus den Anime ich denke mal aus dem Anime nicht aus dem Manga aber da wisst ihr sicherlich auch wiederum besser Bescheid finde ich auch sehr sehr gelungen das hier übrigens ergibt nachher ein Poster das kann ich euch gleich nochmal zeigen wenn wir einsortieren werdet ihr das auch sehen hier auch eine richtig geile Karte Ich habe selber von Bleach wie gesagt keine Ahnung aber die Optik muss ich wirklich sagen die ist extrem gut gelungen jetzt habe ich hier zwei die sieht cool aus der verkleidet so als Dame des 17 Jahrhunderts oder sowas Boah auch das das sind schon Marvel Superhelden wie soll ich sagen fast wie bei Spider-Man oder sowas gewesen Kizuke Urahara weil ich glaube Spider-Man hat mal ein Gebäude gehalten bei der Spider-Man Peter Parker Serie oder bei der normalen Spider-Man Serie 97 bis 2000 bei Marvel erschienen gab 47 Bände von inklusive eine Nullnummer auf das Poster bin ich gleich mal echt gespannt wie das aussieht die eine andere Karte wie ihr auch schon gesehen habt habe ich natürlich schon was ist denn das für ein T-Shirt N-N-L was auch immer das bedeutet die Fachleute werden es sicherlich wissen ich stehe da natürlich ganz schön auf dem Schlauch ein T-Shirt mit drei Ns und ein L okay ja wer es braucht sagen wir es mal so ja und das sind so diese typischen japanischen Kiz natürlich auch mit ihren Schuluniformen muss man auch ganz klar sagen die karte sieht auch richtig edel aus sehr sehr geil abwärts schwinger heißt das teil sehr sehr geil hier wieder eine von den poster karten noch eine poster karte also die ganzen horizontalen karten sind anscheinend die poster karten zu den dingern mal sehen wie sie zusammenpassen oder auch nicht das werden wir dann ja sehen ich hoffe nicht dass sie den gleichen scheiß gebaut haben wie bei tops aber das wie gesagt wird sich gleich zeigen die ist auch cool sehr sehr cool unten als kiddies und oben als erwachsene sehr geil gemacht und zuletzt haben wir hier okay dann sehen wir uns gleich beim einsortieren wieder legen wir los und ich habe hier den beginn das ist meine selbstgebaute band meine selbstgebaute bastel meine selbstgebaute sammelmappe und los geht's mit elf kommt hier an den rücken dran und es ist hier ein bisschen anders mit auftragen habe ich letzt mal schon erklärt es geht los mit buchstaben und da kommt zahlen und ich habe es eben so gemacht dass ich sie nach den buchstaben schon mal einsortiert habe hier haben wir zum beispiel dann die b21 ja die habe ich noch gar nicht wunderbar die b22 die 23 ja jetzt läuft ja 24 halleluja das nenne ich mal eine richtig geile runde dafür kommt die 24 gleich zwei gleich dreimal dann die 30 28 29 die 30 ist hier hinten denn dann muss ich jetzt gucken wie ich es weiter einsortiert hat 34 ja es gibt 34 karten dann geht es weiter mit e1 logischerweise gefolgt von die von der e6 und die 11 habe ich auch noch nicht geil 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 also das läuft wirklich super cool dann die 14 hier hinten dran 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ok die 24 haben wir hier die 25 also ihr seht das geht richtig gut voran also der display hat sich auf alle fälle bezahlt gemacht dass ich mir die mutter ist es ja auch kein riesen display sind immer nur 30 24 24 24 booster in diesem display drin so dann geht es weiter mit der s4 s4 wäre dann sozusagen hier die haben wir gleich dreimal volle wenn schon denn schon okay und dann müssten wir auch bald zu den poster kommen wenn wir noch nicht schon zu gekommen sind ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube nicht aber gut wir werden es ja gleich sehen aber ich glaube die poster müssten eigentlich noch kommen jetzt war ich so 16 17 18 19 20 21 so begeistert dabei dass ich das total vergessen habe darauf zu achten okay ja hier gehen die poster los wollen mal gucken ja gut die müsste man neu anordnen ja die muss man definitiv neu anordnen dann muss ich mal gucken wie ich das mache eben noch die karten hier 34 56 7 38 39 gucken wir das uns mal in ruhe an okay ja hier werde ich mir wohl eine lücke nehmen dass das besser passt dass das hier oben anfängt und dann dementsprechend optisch auch eben rüber kommt ja ähnlich wie bei tops anscheinend auch da nicht so sehr an den sammler gedacht aber gut ansonsten wie gesagt finde ich die karten extrem cool es sind auch sehr viele feuer karten dabei oder hier diese regenbogen karten wie man das jetzt nennen möchte das finde ich zum beispiel auch sehr sehr cool und ich habe schon extrem viele drin also auch von den verschiedenen karten muss ich sagen bin ich absolut begeistert die 53 ist dann hier 456 57 58 59 jahre dürften hier die rückseiten puzzle auch nicht passen die 61 und noch mal die 61 ich dachte schon ihr seht es hier geht es weiter auch mit dem puzzeln aber wie gesagt bei dem puzzeln dann lasse ich mir was einfallen dann lasse ich da einfach lücken das mache ich bei den anderen mappen ja auch wisst ihr ja von tops und so wenn jetzt hier forstetags reihe ist aber das war's denn für heute hat mir echt gefallen ich freue mich schon tierisch auf die nächste woche da geht es wieder heiß her euer no orange sagt tschau tschüss und und gut bei